Alter... Ich gehe jetzt sofort wieder zurück, um meine Diamanten zu retten. Sofort, ohne weitere Mittel. Noch kaputt! Ja, ich habe zu wenig Holz, um mir eine Truhe zu bauen, habe aber Angst, rauszugehen. Das ist mir ein bisschen strange. Ja, und jetzt bringe ich den kleinen Hund, die auch um mir kommt. Kleiner Hundi! Alter, wenn du den Hund schlägst, greifen dich alle Hunde im Umkreis an und du bist tot. Ich habe es gerade noch gesagt. Alter, Hunde geben auch gar kein Fleisch, du Trottel. Das war jetzt gerade überhaupt nicht fair! David, hol seine Sachen, hol seine Sachen! Schnell! Nein, ich bin... Nein! Doch! Du musst ja mindestens mal Gegenleistung zeigen. Ja, ich versuche es. Ich muss mal gucken, wo der steht, wo der war. Ich bin ja am rausgehen. Ein bisschen trollen muss sein. Dann ist die Welt voll mit Sonnen. Ein bisschen trollen muss sein. Alter, ich finde den kack nicht! Ich finde den kack nicht! Boah, die Playlist läuft gar nicht mehr. Das merke ich überhaupt nicht. Es ist Nacht. Es ist Nacht, ich will nicht rausgehen. Alter, hier bin ich ganz sicher nicht vorbeigegangen. Ja, ich gehe wieder in meine Hürde. Ich will nicht Zidos Sachen finden. Ich bin ein sozialer, gutmütiger Mensch. Oh, du und gutmütig? Ja. Ja. Irgendwo in der Wüste. Ach, ja. Alter, was läufst du auch nachts in die Wüste? Ich laufe nicht nachts in die Wüste. Ey, ich kann Jonas' Namen sehen. So, jetzt muss ich nur noch aggressive Wölfe finden, dann weiß ich, dass da mein Zeug liegt. Tilo, 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 Tilo. Der macht Sachen, ne? Jonas, übrigens, hast du gerade ja schon gesagt, die Playlist ist gar nicht an. Ja, die hörst du sowieso nicht. Warum höre ich die nicht? Ich will sie auch hören. Alter, hier war das ganz sicher nicht. Äh, ich mach das so, dass ich über Skype meine Webcam benutze, damit ihr mich hören könnt. Aber für die Aufnahme benutze ich mein Studium-Mikro. Jaja, so gehört sich das ja auch. Ja, weil das so besser läuft. Heißt, dass wir hören die schlechte Webcam-Qualität und... Die Webcam ist gut, das ist ne HD-Webcam, also... Schlecht ist die nicht. Ah, ich hab meinen Scheiß gefunden, ich hab meinen Scheiß gefunden! Ja, ich hab meinen Scheiß gefunden. Und jetzt brauch ich mein Schwert und muss irgendwen umbringen. Da hinten war ein... Alter, ich seh hier von irgendwem ein Namensschild, jetzt nicht mehr. Das ist dann der Jonas, ich hab mich nämlich grad nett bewegt. Ich bin auch nicht da. Ach... Alter, ich wette, dass gleich irgendwas kommt, dass irgendwas bei der Aufnahme falsch gelaufen ist. Irgendwas kommt da gleich bestimmt noch. Aber ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, was falsch sein soll. Die Aufnahme läuft 100%. 100% läuft die. Scheiße, ich muss zu meinem Haus! Ich mach grad meine ganzen Holzspitzhacken erst kaputt, bevor ich an meine Steinspitzhacke gehe. Und dann gehe ich an meine Eisenspitzhacke. Also, David, äh, die Aufnahme sollte normalerweise 100% fehlerfrei sein. Ich hab alles... Sollte! Sollte! Komm, mach dir mal keine falschen Gedanken. Weißt du, was jetzt bitter wäre, wenn du jetzt einfach vergessen hättest, die Aufnahme zu starten? Ja, das seh ich ja jetzt oben in der Ecke. Alter, kack, ich hab nicht genug Holz! Wenn die Zahlen von Fraps rot sind, nimmt der ja auf, ist ja klar. Jaja, aber das wär jetzt so bitter, ey, wenn... Das wär in der Tat bitter. Boah, ey, Alter, das... Ich weiß nicht, ob ich's jetzt weiter farmen sollte, oder nicht. Ich mach mir mal noch... Irgendwie... Gott sei Dank. Also, Thilo, wollen wir ab jetzt auf dem Server Freunde sein? Das wird eh niemals geschehen. Außerdem, ein bisschen troll muss ja immer sein, ne? Ja, aber trotzdem... Ja, Thilo, wie wär's damit? Wir beide verbinden uns gegen Jonas. Fick dich! Jaaaah! Ja, da können wir beide Freunde sein. Und ich muss nicht mehr anfangen, innerlich zu weinen. Ach, kommt. Alter, meine Mutter muss sich echt fragen, was ich hier so rumbrülle, ey. Hallo, Davids Mutter! Alter, ich hör über Kopfhörer, ja. Ich auch. Ha, ich hab noch mal... Oh no, Davids! Alter, willst du mich verarschen? Alter, ey, war... Thilo, echt mal, ey. Respekt, Freundchen. Aber das wird lustig. Mündet denn hier keine Höhle oder so an? Thilo hat... Wir werden ja so... Kuka, Kuka, Kuka! Das hab ich noch gar nicht gesehen. A-hahaha Hähahahhä Pimmelknick Wichser! Thilo hör auf, die Webcam so nah in deinen Mund zu halten... Ok, Thilo. Jonas, soll ich dir mal was sagen? Ja? Ich hatte eigentlich vor, die Aufnahme meinem Vater mal zu zeigen. Ich glaube, das lasse ich lieber. Wieso kannst du doch ruhig? Die ist doch witzig. Ja, aber... Also mein Vater wird sich für die Aufnahme 0% interessieren. Ja. 0%. Also ich habe ja überlegt, ob ich einfach mal so während der Aufnahme aufs Klo gehen kann. Das hätte ich voll witzig gefunden. Kannst du die Kopfhörer abmachen? Nein. Ich will aber mal deine Mutter rufen, oder? Ist deine Schwester da? Na, mein Schwester... Alter, ich habe ein Zimmer für mich, weißt du. Hallo, Davids Schwester! Juli, äh... Alter, Thilo, das Einzige, was das gerade bringt... Ich habe vielleicht kein Kind von dir. Thilo, das Einzige, was das bringt, ist unsere Ohren gerade kaputt zu machen. Mehr bringt das nicht. Kaputt machen! Ich habe einfach meine Kopfhörer leiser gedreht. Aber ich habe das Gefühl, meine Kopfhörer drücken meine Schädeldecke ein. Meine nicht, meine sind bequem. Aber haben auch was gekostet. Meine eigentlich auch, aber ich... Ich bin ein Noob. Nein, wir sind doch alle Freunde. Ich habe Kohle gefunden und genau dann geht meine Spitzhacke kaputt. Ich habe nicht da weg. Alter, ich habe so viel Kohle. Für mich ist Kohle... Jonas, wofür braucht man eigentlich, außer für ein Höllenportal, ein Feuerzeug? Um den Thilo anzuzünden, natürlich. Nee, aber gibt es sonst irgendeinen Grund dafür? Was ist denn hier? Lass mich denken. Ja, du kannst ja Sachen da verbrennen oder so. Ja, aber was? Keine Ahnung. Jonas, wann hören wir mit der Aufnahme eigentlich auf? Wenn ihr wollt. Du hast jetzt schon zwei Stunden und zwei Minuten. Nein. Wir haben um vier angefangen. Jetzt haben wir 17.40 Uhr. Ich stehe zwei Stunden, zwei Minuten und 49. So lange läuft jedenfalls das Gespräch schon. Die Aufnahme läuft ja auch schon ein bisschen länger. Oh, Thilo, du hast mich ja auch um 20 Uhr schon hinzugefügt, du Depp. Ist ja klar, aber die Aufnahme läuft erst ab 16 Uhr. Alter, du musst mal berücksichtigen, dass wir die Aufnahme erst so viertel nach gestartet haben, wegen dir. Ja, weil du da rumtrollen musstest. Ja. Aber ich bin dir nicht mehr böse, Thilo. Ich möchte mit dir befreundet sein und den Jonas trollen. David? Nein. Fick dich. Nee. Lieber nicht. Sollte es sich auch. Ich bin lange. Ach ja. Ach ja. David? Ja? Fick dich, Herr da. Ich überlege nämlich gerade, ob ich einfach mal aufs Klo gehen soll. Ich meine, ich habe jetzt schon ungefähr einen Liter Apfelscholle seit der Aufnahme gesoffen. Ich habe noch gar nichts gesoffen, weil ich auch keinen Durst habe. Alter, ich saufe nie was während, äh, während... Während der Aufnahme, während deinen ganzen Aufnahmen, ne? Ich glaube schon. Boah, schon. Du bist schon YouTube-Partner und alles, ne? David hat in die Hose gemacht. David hat... David hat nachher deine Hose gemacht. David hat nachher deine Hose gemacht. Okay, äh... Jonas, soll ich dir mal was sagen? Ja. Ich bin hier jetzt seit ungefähr 10 Minuten mich am nach unten graben. Und ich habe noch keine einzige Fackel benutzt. Wie kann das sein? Du bist nachtaktiv oder so ähnlich. Nein, ich habe einfach mal eine Helligkeitsstufe auf Fell gemacht, weißt du? Hab ich auch. David ist ein Cheater. David ist ein Cheater. David ist ein Cheater. Junge, ich wäre ein Cheater, wenn ich mir einen Mod drauf geladen habe. Aber ich habe mir sogar extra für die Aufnahme einen neuen Punkt Minecraft unterhalten. Ich habe noch nicht mal Too Many Items drauf. David ist ein Arschloch. Ja, ich weiß. David wird nie Bundeskanzler. David wird nie Bundeskanzler. Ja, ich werde auch... Tilo wird kein Anwalt. Tilo wird... Nein, Anwalt wird der David. Äh, jo, Tilo, 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 Tilo. Ich will kein Bundeskanzler werden. Ich will, äh... Ich will... Bundeskanzler sein. Ich will Herrscher sein. Hallo? Jonas, Tilo wird Straßenfeller. Tilo wird Straßenfeller. Äh, welche Tageszeit haben wir eigentlich gerade draußen? Keine Ahnung. Geil. Seid ihr alle am Graben? Ich habe gedacht, weil eine Spinne hier ständig rumtrollt. Ja, also ich bin hier gerade unter der Erde und habe jetzt, seit ich unter der Erde bin, nochmal 52 Kohle.